hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play pokémon und wir haben hier die zwei macho mal gesehen und jetzt gucken wir uns mal an hey pass auf ich gebe dir einen tipp von trainer zu trainer ja wir gucken jetzt mal die polizei an wenn du das mit einem starken gegner zu tun hast dann gibt ein pokémon bestimmte items zum tragen das hält nämlich ihre status werte vielleicht mal bei der polizei ein weil wir ja nicht schon genug haben eine puppe von grand bull sieht aber aus wie wie eine alola form ich weiß zwar nicht wie es in anderen regionen zugeht aber in alola ist es immer friedlich die leute haben bestimmte bestimmt angst von den schutzpatronen der insel bestraft zu werden also die schlüssel für nicht existierende auch gut ja wir haben schlüssel für die zellen was sind die zellen die haben wir nicht die haben noch gebaut und da ist ein goldenes item dessen dtm das muss man gab solche golden glänzenden items sind immer tms und wir können dadurch noch direkt trainieren und winger so der kursi teilen verstärkten teckel dann zeig uns mal was du kannst gar nicht mal so schlecht der gar nicht mal so schlecht naja das perfekt aber dafür hast du selbst auch was gefressen das ist natürlich uns aufgrund ist level acht nur noch zwei bis zum smegbo und der mag ist so du hast geschwitzt mein freund so brav gemacht so brav ist man gut hier so aber naja da hier winger sind sollten wir vielleicht doch auf man gunio bleiben wieder halt ich mal die tm bekommen sachen da sind wir schon wieder raus interessant wie viel glück wir haben also wir was natürlich lieber wir hätten magnetilo getroffen das hätte ich versucht zu fangen aber gehen wir mal zum hafen komm damit es schneller geht einen trank für derik so 12 kaputt das ist hat auch schon geht auch schon knapp so hier und wir haben noch einen super trank gefunden voll super der will nicht mit uns sprechen oder ist der kapitän so wie du aussiehst wollten dich alte damen bestimmt ständig in die wangen kneifen das scheint so es kommt auf die kraft des angriffs an man muss das item x angriff nutzen um seine gegner zu bezwingen bevor er einen kampf von fähig machen kann hier ich gebe dir ein exemplar ab setzt es auf jeden fall ein hörst du also ich verkau's wahrscheinlich ich halte nicht viel von diesen x items eingriffswert pokémon um zwei stufen damit haut es jeden gegner um das wichtigste ist die verteidigung wenn du das item x abwehr einsetzt sinkt der schaden durch gegnerische angriffe hier hast du ein exemplar sie zu dass du es einsetzt und lass mich raten es erhöht den verteidigungswert um zwei stufen so dann mal mit ihm reden hallöchen ich bin captain illima yo 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 team skull art zu grüßen ist nicht zu grüßen hm hm yo hey yo dicker yo 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 hey 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 oh yo captain lass mal deine pokémon rüber wachsen ähm dich kenne ich doch nur äh von der trainerschule äh du bist also gleich nach hauli gekommen hm äh yo 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 oi hey hey du aufgeblasener Typ ey ey was fällt dir ein uns zu ignorieren hey den machen wir platt dem wird richtig fett die Schädel brümmen meine güte es ist diebstahl die pokémon anderen leute an sich zu nehmen ihr desi richtig dürfte ich dich bitten den herren dazu übernehmen ich kümmere mich an diesen hier so dem zeige ich gleich mal was kyoko fire so drauf hat ähm ups ich werde dir zeigen was für ein pro ich im umgang mit pokémon bin check this out rüber b rüber b ich krieg noch nicht mal rüber a rüber b 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 Äh, ist ja nicht so, als wären wir nicht schon ein paar Level übel. Nein! Nein! Kyoko ist verwirrt. Aber er setzt, äh, er setzt Loot ein. Danke Kyoko, du bist, du scherstes. Ich glaub an dich. Uh, Vogel ist Level 9. Was, Vogel, erlernst du? Der Trümmerer? Echt jetzt? Ey, das war's schon. Ich bin jetzt eigentlich hier so, echt jetzt? Das war's schon. Du hast mir gezeigt, dass für ein Bro du mit dem Umgang von Pokémon bist. Hey, Bro, tu dir so, als wär das nie passiert. Lass uns lieber ne Biege machen. Ellimas blödes Pokémon brauchen wir eh nicht. Meine Güte. Das hast du gut gemacht. Und deine Pokémon natürlich auch. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich sie für dich heilen. Tch, so Spritze. Ah, als ich dich und deinem Pokémon im Team in der Trainerschule gesehen habe, wurde mein Interesse geweckt. Erst bringt dich Professor Kukui persönlich dorthin und dann gewinnst du auch noch problemlos gegen die Direktoren. Jetzt musst du mir nur noch beweisen, dass du geeignet bist, dich meiner Prüfung zu stellen. Was sagst du? Was sagst du? Fühlst du dich mir gewachsen? Jupp. Dann präsentiere ich dir voller Stolz die Pokémon von Captain Elyma. Gleich mit zwei Kämpfe hintereinander. So. Käpt'n Elyma. Er setzt einen Magunio ein. Äh, er steht etwas seltsam da. So, dann bleiben wir doch bei der Glut. Denn die tut uns allen gut. Der will Silberblick einsetzen. Aha. Na dann schauen wir mal, wie gut du brennst. Sogar richtig erraten. Ja. Jetzt ist nämlich sein Angriffswert noch immens geschwächt. Ja, ja, ich mag Verbrennung. Und Flink-Klaul, ja, damit heißt es du nicht gerechnet. Ich war ja schon die ganze Zeit schneller, aber... Und noch ein Volltreffer um. 71 Erfahrungen für Kyoko Fire. Ja. Das sind einigermaßen mäßig. Also das hat man die letzten Level-Ups auch. Als nächstes Farber-Gel. Ja, wechseln wir mal, weil wir... Farber-Gel ist ein Normal-Pokémon und unser Vogel kann zertrümmeren, was mich immer noch schockiert. Aber was jetzt hier gut sein könnte... Hier können wir endlich mal die Typ... Die Effektivität von Typen herauslesen. Nämlich Kampf ist effektiv gegen Normal. Gut. Er ist... Schneller und ziemlich stark. Die Attacke wäre sehr effektiv, aber meine Güte... Das ist ein Level über uns und hat trotzdem so kräftig reingehauen. Das ist... Nett so toll. Und es sind keine Aqua-Knalle. Ach du Heiliger. Nee, da möchte ich nicht in... In Ding wechseln. Ach du Schande. Das Pokémon ist immens stark. Also ich meine... Dafür, dass es nur ein Level über den ganzen Sachen hat, die unsere haben... Ist es schon richtig heftig. Ich hoffe jetzt, dass er mit Aqua-Knalle zumindest nicht so viel Schaden macht. Puh. Okay, das dürften wir jetzt gewonnen haben. Ach, der wirft dem Ding noch einen Trank zu. Was ihm natürlich fast volle Trefferpunkte zurückgibt. Ja, jetzt ist es geschwächt durch die Verbrennung. Da sollten wir das auch töten. Perfekt. Aber das war richtig stark. Ich habe Farbe-G gar nicht so stark eingeschätzt. Nicht schlecht, diese Runde geht an dich. War aber wirklich knapp. Ich meine, dass Mangunia wieder gefallen ist, ist natürlich schlimm, aber... So, ein bisschen hier füllen. Hä? So, das magst du, was das gerade war, weiß ich nicht. Oh, scheinbar ist es jetzt eine Zutraumsstufe aufgestiegen. Na, mal sehen. So. Dann müssen wir mal gucken, wie das ist. Hm. Du bist... Nein! Du und deine Pokémon seid ein sehr interessantes Team. Bitte leg unbedingt meine Prüfung in der... ...Vegetationshöhle ab. Ich nenne sie die... ...Elima-Prüfung. Du findest die Höhle hinter Route 2. Dein roter Pokédex zeigt dir wo. Also dann, Alula! Und da geht er weg. Jetzt können wir uns hier weiter umgucken. Hier machen wir uns auf auf Route 2. Das Medaillor-Region ist groß und weit, aber die Fähre transportiert dich mit. So, dann. Kleiner Unterbrecher. Äh, was haben wir hier? Noch ein kleines Pokémon. Und dann... ...gehen wir weiter. So. Wo sind wir hier jetzt? Äh, wir sind hier in dieser... ...Schiffsbucht und... ...manchmal frage ich mich, wo sich nicht noch ein Rotom in Getränkeautomaten... ...ob sich nicht noch ein Rotom in Getränkeautomaten verschenkt. Okay. Und da haben wir wieder das... Oh, der ist ausverkauft. Ja, okay. Oh, ein Kunde. Willkommen, willkommen. Sieh dir nur in Ruhe die Souvenirs an. Mehr kannst du hier ohnehin nicht tun. Denn keine der Waren steht zum Verkauf. Okay. Ja, das ist natürlich sinnvoll. Wenn nichts zum Verkauf steht, kann ich sie nur angucken. So. Oh, mein geliebtes Alola. Endlich liege ich in deinen Arm. Alola ist einfach toll. Hier kann man sogar auf dem Rücken einiger Pokémon reiten. Es tut mir fürchterlich leid, aber momentan ist der Fahrbetrieb wegen einer Inspektion eingestellt. Hm, okay. Dann müssen wir wann anders wiederkommen. So, dann gucken wir uns weiter um. Irgendwo müssen wir ja noch was finden, was wir tun können. So. Dann müssen wir uns weiter umgucken. Irgendwo muss hier ja noch irgendwas sein. Ich glaub da hinten war noch was. Da ist auch noch ein Item. Hier. Dann muss ich erstmal durch. Außer man muss da beim Pokémon Center irgendwo raus. Aber das scheint nicht so. Ich hab den Eingang gefunden. So. Äh, Kyoko Fire muss jetzt weiter kämpfen. Das wird nämlich gerade ganz schlimm. Hm. So. Puh. Na ja, da müssen wir mal gucken. Ich hoffe nicht, dass das Ding Aqua Knarre einsetzt. Das wäre nämlich sehr, sehr, sehr schlecht. Gut. Es setzt nur Schallwelle ein. Das ist okay. Okay. Ich hab zumindest ganz vergessen, dass hier sowas läuft. Vogel hat Level 10 erreicht. Uh. Und Safcon Level 9. Also haben wir Safcon sogar bald durchtrainiert. So. So. Jetzt müssen wir aber gucken. Na ja, Vogel. Ähm. Die beiden haben nicht so viele Trefferpunkte noch. Ich hab hier einen Beleber. Okay. Das ist... Langsam wird's kritisch. Ich hoffe nicht, dass nochmal ein Wingal kommt. Ach, ein Aber. Da haben wir ja letztes Mal schon gesagt, wir werden einfach mal einen Pokéball werfen. Was soll schon schiefgehen? Ich mein, klar, die Fangchance ist ziemlich niedrig dafür, dass es, äh, volle HP hatte. Aber... Man kann ja Glück haben. Äh. Ein Abra. So. Ein, äh, sehr seltsamer Zufall. Es wird aber nicht ins Team aufgenommen. Von daher, äh, brauchen wir uns keine Gedanken machen, dass wir das rein addieren. So. Äh. Wo bin ich? Der Alola Pokédex hat ein neues Pokémon dazu gewonnen. Abra. Registriert. Ja, jetzt weiß ich 9%. Es bringt sich selbst im Schlaf mit Teleport vor angreifenden Sicherheit. Wacht es danach auf, gerät es in Panik, weil es nicht weiß, wo es ist. Äh. 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 Das kann man... Ähm. So. So. Das ist doch ein perfekter Name für einen Abra, das zu einem Kadabra oder Simsaler wird. Also, beziehungsweise wahrscheinlich eher beides. So. Äh. Äh. Wie gesagt, ich versuche mich mehr auf Pokémon zu spezialisieren, die wir hier in Alola haben. Natürlich, wenn ich, wenn ich merke, wo ich brauche ein Wasser Pokémon und es gibt keine Alola Wasser Pokémon, dann gibt es natürlich auch bei mir eine Ausnahme. Aber ich versuche mich halt auf die neuen zu stürzen, weil das einfach angenehmer ist. Es gibt ein Pokémon, und ich hoffe, das kann ich sogar noch finden, dem ich, äh, das ich schon gern hätte. Aber das lassen wir mal geheim. So. Und wie man weiß, im Pokémon Center soll man nichts speichern, deswegen gehen wir jetzt noch raus. Okay. Beim nächsten Mal werden wir uns um die Prüfung kümmern und ich hoffe, ihr seid dann auch dabei und unterstützt mich dabei, Insel-Wanderschaftskönig zu werden. Bis dahin also, auf Wiedersehen.